Guten Abend! Ich kann meine Sprache wiederholen? Ich kann meine Sprache wiederholen? Deutsch? Kapp? Geschichte? R.M. Binn? Komplettlich? Ich kann meine Sprache wiederholen? Christen, sie müssen zu spänen. Fritte, buehden! Reclame! Grech, spektakel! Alles, mal tenein! An kääwer! Et'su win voor! Vom späneschen Touristen zum Lezebäuert! Bei ihr zeltt an Tamtam Fritte buehden overklame! Grech, spektakel, duje neen! Tromm, en trote dujzel tschell! Zing la bum, komæ die knell! Alles, mal dennein! Am kåwer! Du hast schon gar kein Problem, wenn du da gesehen hast, jeder hat gewinnt. Ich schreibe Lützbäuerisch. Das ist ein Herr, das ist doch wohl echt ein Experten, mit allen normalen Lützbäuer, die zu schreven schwer beim Schreifen. Für Lützbäuer ist ein Spruch für sich zu lesen, weil sie ja auf Deutsch alphabetisiert kaufen. Und das ist dann nicht so evident, für den Speeching am Kopf zu machen, für sich dann auf Lützbäuer schlimm zu stellen. Da gehen natürlich auch so Sachen, wie wir zum Beispiel in der Redaktion festgestaltet haben, wo ihr richtig geckig getetet habt. Ich nenne zwei Beispiele ein Deutsch als Sicherheit. Es gibt nämlich das Geschwärt, aber auch nicht geschrieben. Für was? Also es gibt nicht hundertprozentig das Geschwärt. Das Ziel von einer Orthographie ist, dass man das Klo erkennen kann, damit man den direkten Sinn des Wortes versteht. Wenn man das so sagt, wie ein dicker Leidner, Dünner, Dünner, dann ist die Mensch wichtig, dass man die verschiedenen Wörter direkt kann, um den Sinn zu verstehen. Lafen kriegt ein A. De Lefer kriegt aber zwei E. Wieso? Ja, der langen E, das ist ein Außen. Normalerweise gibt es ein Vokal verdübelt, der lange Vokal, aber der selbe wird verdübelt für zwei Konsonanten. Dafür wird er dann noch malen, mit einem Mal an dem Mal, dann eben mit zwei O, weil dann den L und den T, zwei Konsonanten an den Druck kommen. Hm, hm, aber wo kommen die Bosse-Schreiseln dann eigentlich hier? Die Schreis-Schreiseln, die Gaufe, die 19. Welt, die ist abgestattet, dann hat man die Maritär-Ministrielle verfinanziert, und sich fixiert, und dann hat man eine Reform-Von nicht an uns, sich modifiziert. Aber da können sie sich ja lohn und ein paar Gedanken drüber machen, oder? Aber ich finde es schwer, als Lützebäuer zu leeren. No, it's completely different. It doesn't even matter. Moyenn, Adi. Sorry? Ähm, Moyenn. Adi. Par exemple, essen, trinken, schlafen, ui. Für alle Ausländer, man biegerlos, wenn man ein Gesetz zum Menschen Lützebäuer nicht aufschrecken, für richtig Lützebäuer zu leeren. Wir sind zu Besuch anhängen dem Lützebäuerischen Sprachkuh, wo chlesische Lieder ganz beliebt sind. ... aus dem schönen Himmelsland. Oh! Man kann die Leute auch gerne und hier kann man gehen an die Schule. Und ich wäre die Franzose sehr frohe Nummer für die Lieder und so weiter. Ich kann sie nicht mehr froh, wenn der Papa und der Mom singen können. Ich spreche die Länge des Kollegen. Respektivement, wir haben den zweiten Punkt, der Privé, der sich interessiert an der Apprentissage des Luxembourgers und zu sprechen der Länge des Voisins. Auch wenn er kann er wieder gesungen gehen. Er kann er spielen, als Lützebäuerisch leeren aber nicht. Den Deivel. Hier noch ist Ellen. Hier noch ist Ellen. Nicht sympathisch. Nicht sympathisch. Weiblich und männlich ist ganz schwer für mich. Wir hören das nicht an Englisch und so. Auch dann ab der Post, beim Metzler, das ist auch schwer für mich. Die Wissenpräpositionen, also ich bin beim Bäcker, wir gehen bei den Bäcker und auch für die Wissen wird männlich und weiblich als das im Menschen und das Leid geht. Demand für den Lützebäuerischen Spruchkur in Deel zu holen, ist an denen lässt in zehn Jahren um der Dreifacht geklommen. Am liefst Franzose, Belgisch und Deutsche profitieren noch immer mehr Leute aus dem Osten von Europa von dieser Offen. Mehr wird er noch Schüderer berät, ohne so einen Lützebäuerischen Kuh in Deel zu holen. Ja, aber nicht für den Stand sondern ich bin in der Schweiz zu studieren. Das ist die erste Chance. Wenn ich hier viele Business in Luxemburg ja, definitiv. Tja, ich meine so cool gibt mir unentschuldet weil ich schreibe in eure so vegetarien und das ist dann nicht mehr grammatical korrekt.